13. Dezember, 13. Türchen, liegt hier oben neben der 27, holen wir das Ganze mal wieder. Wir packen das gleich mal aus. Wir können schon oben erkennen, dass da ein Kugel drin ist von Veko Feuerwerk aus Miegel und im zweiten Artikel ein Knallfrosch von Veko. Dann gehen wir mal raus und zünden die zwei Teile. Viel Spaß dabei. So, zuerst der Knallfrosch von Veko. Ja, ist so ein bisschen gesprungen, aber nicht wirklich viel, aber was soll man erwarten von aktuellen Frischen? Dann wieder als nächstes Ding Kubi. Hier hast du noch ein ganz starkes Teil. Schön auseinander geflogen hier. Sehr schön.